Hallo und herzlich willkommen zu Dreamfall Chapters! Ja, wir sind auf Zoys Arbeit angekommen und haben Mira kennengelernt, eine, ich finde, äußerst, ähm, naja, unsympathische Person, meiner Meinung nach, äh, dass Zoys da angefangen hat, naja, da haben wir wahrscheinlich die falsche Entscheidung getroffen, auch wenn ich immer noch nicht genau weiß, was jetzt der Unterschied zwischen den zwei Entscheidungen gewesen wäre, die wir da am Anfang gehabt haben, aber egal. So, wir sollen auf jeden Fall den Bot aktivieren und dann ihn testen, mit ihm quasi Gassi gehen. Äh, lasst uns aber noch, doch, bevor wir das machen, noch kurz umschauen. Haben wir hier irgendwo irgendetwas? Was ist mit der Couch? Der berüchtigte Loungebereich des Infernos. An Feiertagen, wenn das Team Bier trinkt und Mira diese uralte Jogbox laufen lässt, geht's hier irre zu. Und mit Irre meinte ich, dass Wit und ich still da sitzen und zusehen, wie Mira sich volllaufen lässt. Das ist immer wieder sau komisch. Na ja. Der berüchtigte Loungebereich des Infernos. Okay. An Feiertagen, wenn das Team Bier trinkt und Mira diese uralte Jogbox, das ist ein uraltes Artefakt, in dem sich schwarz... Und mit Irre meinte ich, dass Wit und ich still... Die Maschine ist Jahrhunderte alt. Sie gehört eigentlich in ein Museum, aber es ist natürlich toll, sowas in der Werkstatt stehen zu haben. Äh, ja. Dummerweise wurde das eine Gesprächsoption abgebrochen. Laut Mira ist es eine Jogbox. Ich weiß nicht, was ein Jog ist, aber die Dinger klingen echt gut. Okay. Soviel dazu. Was haben wir sonst noch da? Da haben wir noch einen Bildschirm. Wenn ich das versuche, wird Mira mit einem Schraubenzieher auf mich einstechen, fürchte ich. Ins Gesicht. Ja, das würde ich ihr auch zutrauen, wenn ich ganz ehrlich bin. So, was haben wir sonst noch da? Ist das der Bot? Ne. Mira ist gut in dem, was sie tut. Ich wüsste nur gern, was genau das ist. Ich glaube, sie führt ein Untergrundnetzwerk aus Händlern, Technikfreaks und Hackern. Sicher bin ich nicht. Ja, gut. Hör zu. Es tut mir leid, dass ich heute geschissene Laune habe. Mir gefällt das Gefühl nicht, dass ich vielleicht unseren gesamten Notbroschen weggeschmissen habe. Aber meine schlechte Laune erklärt nicht, wieso du nicht mit dem Scheiß-Bot da draußen bist und deinen Job erledigst. Das Ding heißt tatsächlich Scheiß-Bot. Naja, gut. Äh, Witt? Witt. Er ist das genaue Gegenteil von Mira. Still, ruhig, konzentriert. Er sagt nie auch nur ein Wort. Aber das ist Teil seines Charmes. Hey, Witt. Ich weiß nicht, wie du es aushältst, ohne ihr in ihr blödes Gesicht zu schlagen, aber ihr Leutchen macht euer Ding und ich verstehe es nicht, aber offensichtlich liegt ja an dir. Vielleicht ist das ihre Art, es zu zeigen, indem sie ein richtiges Arschloch ist. Wie dem auch sei, wir sehen uns später, okay? Naja, also Witt rettet wirklich nicht viel. Naja, gut, dann nehmen wir das Ding und aktivieren nun mal. Sind Sie mein neuer Mensch? Nee, wir werden nur heute zusammenarbeiten. Ich bin nicht sicher, ob mir das angenehm ist. Ich bin nicht sicher, ob das eine Rolle spielt. Sind Sie hygienisch? Sie sehen ein bisschen unhygienisch aus. Ernsthaft? Okay. Das sagt so ein Schrottding. Ähm, teste Scheißbot Persönlichkeitsmodul. Okay. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Was haben wir da? Da ist noch ein Hauptschalter. Mira bezeichnet ihn als den Hauptschalter. Ich weiß nicht, was er schaltet, aber er ist wichtig genug, um seinen eigenen Kasten zu haben. Okay, und die Bots? Mira kauft viele dieser ausrangierten Bots. Es ist ihr Kerngeschäft, generalüberholte Bots an Unternehmen in ganz Europolis zu verkaufen. Okay, der fehlt da doch schon noch ein bisschen, damit der generalüberholt ist. Beim Warten stapeln sich meine Leerlaufprozesse. Sie fühlen sich an wie Hummeln. Ich habe Hummeln in meinem metallischen Hintern. Okay. Äh, ja. Dann müssen wir wahrscheinlich mal rausgehen. Beziehungsweise kann ich jetzt hier eigentlich mit dem Hauptschalter noch was machen? Irgendwie bin ich neugierig, was passiert, wenn ich den Hauptschalter betätige. Allerdings liegt mir auch sehr daran, meine Hände und Arme zu behalten. Ja. Das kann ich nachvollziehen. Äh, lass uns da mal rausgehen. Ich denke, das müssen wir ja machen. Sofern der Ladebildschirm uns lässt. Müssen wir denn ins Freie? Ich mag das Freie nicht. Das könnte ein Problem sein. Es ist so weitläufig. Das ist... Tja, das ist ja irgendwie... Was das Freie ausmacht. Die... Weitläufigkeit. Es ist sehr laut. Es könnte Attentäter geben. Gehen wir wieder hin. Nein. Was? Nein. Du hast... Wir haben einen Job zu erledigen. Wir haben einen Job zu erledigen. Reparaturprogramm aus. Wir suchen etwas, das du reparieren kannst. Jawohl. Suche Stadtnetz nach Reparaturanfragen ab. Suche. Suche. Was gef... Suche. Suche. Ich denke, wir sollten ein... Suche. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Reparaturanfrage geortet. Folgen Sie mir, Mensch. Zoe. Nein. Das ist nicht mein Name. Das ist mein Name. Ich sehe nicht, inwiefern das relevant wäre. Weißt du, was dein Problem ist? Du bist ein Arschloch. Das ist dein Problem. Okay, dann folgen wir ihn doch mal. Ja, und er hat eine Persönlichkeit einer Mira. Naja, gut. Was soll's. Andererseits überrascht mich das nicht so wirklich. Nachdem wir Mira kennengelernt haben. Naja, gut. Was soll's. Folgen wir ihn doch einfach mal. Ach, da hinten ist was, was repariert werden muss. Ich verspüre keine Todessehnsucht. Vor allem, wenn es mit Hochspannung und Funkenflug zu tun hat. Dafür wurden Bots erfunden. Na hopp. Dann mach doch mal. Schlagnetz meldet defekte Verkabelung an diesem Ort. Benötige spezifische Instruktionen, um fortzufahren. Kannst du's nicht einfach, naja, heil machen? Benötige spezifische Instruktionen, um fortzufahren. Na, toll. Du bist echt zu nichts nutze. So viel dazu. Was ist das da? Benötige spezifische Instruktionen. Du bist echt zu nichts. Okay. Vielleicht wäre es klug, mir darüber herauszufinden, womit wir es hier zu tun haben, bevor ich die Rostbüchse auf die Verkabelung loslasse. Ja, wahrscheinlich. Das ist einfach so ein Gedanke, oder wie war das? Vielleicht wäre es klug, mir darüber herauszufinden, womit wir es hier zu tun haben, bevor ich die Rostbüchse auf die Verkabelung loslasse. Dann schauen wir uns das doch mal einfach mal an. Sieht aus, als wäre die Sicherung durchgebrannt. Ich verspüre keine Todesehnsucht, vor allem wenn es mit Hochspannung und Funkenflug zu tun hat. Dafür wurden Bots erfunden. Okay. Hm. Hat das jetzt schon geholfen? Sieht aus, als wäre die Sicherung durchgebrannt. Benötige spezifische Instruktionen, um fortzufahren. Du bist echt zu nichts nutze. Naja, gut. Äh, haben wir hier irgendwie was? Wir haben kein Handy oder so dran, mit dem wir uns mit Mira in Verbindung setzen könnten. Ähm, oh. Gute Frage. Hier können wir ja nichts mehr machen. Muss ich dann irgendwo wieder zurückgehen? Aber dann, ich will mich hier ja alleine lassen eigentlich. Vielleicht wäre es klug, mir darüber herauszufinden, womit wir es hier zu tun haben, bevor ich die Rostbüchse auf die Verkabelung loslasse. Hm. Okay. Da haben wir nicht wirklich was drin. Hm. So, wir müssen jetzt tatsächlich nochmal zurückgehen und mit Mira reden. Das, was bringt, ich habe keine Ahnung. Wo war denn das überhaupt? Genau. Die Karte! Hol dir deine Karte! Die Karte! Hier sind wir wieder. Okay. Gut zu wissen. Äh, aber ich glaube, ich musste da runtergehen, oder? Ich habe mir irgendwie den Weg nicht so richtig gemerkt. Na, toll. Ah, aber das scheint zu stimmen. Gut. Gehen wir nochmal rein. Vielleicht kann Mira ja uns ja weiterhelfen. Ansonsten... Äh, komme ich hier nicht rein? Doch. Dankeschön. Dann lass uns mal mit Mira reden. Vielleicht kann die uns ja da mehr helfen. Anics bezweifle ich das ein bisschen. Ah, der Bot ist auch wieder dabei. Okay. Hör zu, es tut mir leid, dass ich heute beschissene Laune habe. Mir gefällt das Gefühl nicht, dass ich vielleicht unseren gesamten Notenmarschland geschmissen habe. Mira behandelt Wit wie den letzten Dreck, aber das scheint sie nicht zu stören. Sie haben eine sehr komplizierte Beziehung. Wie Geschwister. Zerstrittene Geschwister. Okay. Das hat also nicht wirklich was gebracht, wieder zurück zu gehen. Hm. Gute Frage. Können wir jetzt was anderes ausprobieren? Oder... Äh, der hängt jetzt wahrscheinlich wieder da hinten rum. Und wir kommen nicht an ihn ran. Ich weiß nicht. Ich stehe nicht auf dieses ganze Revee-Couture-Zeug. Ich träume meine eigenen Träume. Da hören Sie sich meine Ware ruhig an. Ich mache Ihnen einen guten Preis. Sagen Sie mir einfach... Andererseits... Ah, das ist jetzt ein bisschen blöd, finde ich. So ist recht. Ich habe nämlich keine Ahnung, was ich da jetzt ehrlich gesagt machen soll. Und durch die ganze Gegend laufen, um irgendwie Hilfe zu finden, bringt ihr anscheinend... Oder könnte ich mir vorstellen, bringt auch nicht wirklich was. Okay, ehrlich gesagt, im Moment bin ich ein ganz kleines bisschen überfordert. Und die Gegend ist so extrem groß, dass ich gar nicht weiß, wo ich genau hin muss. Verlockend. Aber ich habe gerade keine Zeit für ein großes Glas Kuka Chai auf Eis. Hm. Kuka Chai auf Eis. Die Karte! Hol dir deine Karte! Die Karte! Hm. Ah, hier geht's... Hier geht's zurück. Wisst ihr was? Dann schauen wir einfach mal hier rein. Ich habe im Moment eh keine Ahnung, was ich mit dem Bot jetzt groß machen soll. Vielleicht findet man ja bei Zoe daheim irgendetwas. So, was haben wir denn da? Kühlschrank. Nicht mal ein einziger Kühlschrankmagnet. Wir sind furchtbare Leute. Was hätte das für einen Sinn? Von innen sieht er noch trauriger aus. Okay. Heute bin ich nicht dran mit Kochen. Und es ist noch nicht die Zeit zum Kochen. Außerdem haben wir keine Lebensmittel da. Das nenne ich Kochblockade. Ah, sie setzt sich hin. Das ist ja auch mal schön. Ich verstehe es nicht. Wir haben in ganz ProPass die beste Aussicht auf eine Backsteinwand und Neonschilder. Wenn man mit beste eigentlich schlimmste meint. Na ja. Ja, die Aussicht sieht wirklich nicht sonderlich toll aus. Okay, Fernseher können wir anmachen. Das ist auch nicht schlecht. Fernseher ohne Ton. Und anscheinend kommt eh... Keine Ahnung, was das ist. Irgendeine Serie? Äh. Ich glaube nicht wirklich was Gescheites. Herr Pflensli. Er hat viel durchgemacht, der arme Kerl. Die Dürre letzten Dienstag. Den großen Sturz im Juni. Den Unfall mit der halbleeren Bierdose heute Morgen. Arme Herr Pflensli. Pflensli. Wer nennt... Äh... Ne Pflanze Pflensli. Nicht jetzt, heute Abend. Definitiv heute Abend. Zeit, die Ärmel hochzukrempeln und meinen Scheiß zu erledigen. Nach dem Auftakt von Eurotrash natürlich. Den darf ich nicht verpassen. Eurotrash. Nö, ich muss nicht pinkeln. Okay. Äh... Das ist wahrscheinlich selber. Es sind jetzt drei Monate und ich habe den größten Teil meines nutzlosen Krams immer noch nicht ausgepackt. Äh, die Wohnung sieht es auch nicht wirklich... Man könnte einiges aus der Wohnung machen, aber so wie es im Moment aussieht, ist es... Nun ja. Nicht jetzt, heute Abend. Definitiv heute Abend. Zeit, die Ärmel hochzukrempeln und meinen Scheiß zu erledigen. Nach dem Auftakt von Eurotrash... Ich mag Betten. Ich verbringe gern Zeit in Betten. Und damit meine ich nicht nur das Schlafen, sondern auch andere mit Betten verbundene Aktivitäten. Okay. Äh... Ja. Wenn du meinst. Sein Akku verliert ständig an Ladung. Ich lasse ihn vorerst lieber im Schlafmodus, bis ich einen neuen besorgt habe. Der gute alte Wonkas. Sein Akku verliert ständig an Ladung. Ich lasse ihn vorerst lieber im Schlafmodus, bis ich einen neuen besorgt habe. Ich glaube, das war es auch, was wir hier machen können. Na gut, dann hätte ich gesagt, geh mal wieder. So viel dazu. Aber zumindest haben wir mal die Wohnung von Zoe jetzt gesehen. Das, finde ich, ist auch nicht mal so schlecht. Okay, hier wohnt also Zoe. Okay. So, müssten richtige Bots aussehen, die... Äh... ...richtig arbeiten. Oder so ähnlich. Oh. Moment mal. Ist da was, was grad... Für einen Schweißer sieht dieser Bot sehr modern und glänzend aus. Überlassen Sie die Drecksarbeit nicht gewöhnlich den älteren Modellen? Das ist durchaus möglich. Ziemlich schick für einen Wartungs-Bot. Wie etwas, das Wotty entwickeln würde. Naja, gut. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir da was rauskriegen. Hm. Wahrscheinlich ist das ganz einfach, aber... Cool. Das sollte ich mir ansehen. Mit Risa. Oder vielleicht... Nein. Risa. Hm. Da ist, glaube ich, schon reingelaufen, oder? Lass uns einfach mal hier... ...weil Traum-Junkies. Sie kommt mir bekannt vor. Okay. Ah, reden kann man nicht mit ihr. Na gut. Also sag ich zu ihm, ich sag... Da kommst du nicht drunter durch, Bruder. Du musst umdrehen und nach Hause fahren. Hoch oder runter? Hm. Ist eh jetzt eine interessante Frage. Wer ist das? Kenne ich ihn? Hm. Keine Ahnung. Es ist mitten am Tag. Den Absagpunkt habe ich noch nicht ganz erreicht. Naja, gut. Also da ist auch noch irgendwie... Irgendetwas... Befreit uns von der... Erhebt euch gegen die Oberherrschaft der Konzerne! Ich kriege nicht mal eine Genehmigung, meine Schwester am anderen Flussufer zu besuchen. Wie krank ist das denn? Okay. Ähm, ja. Wir haben auch es geschafft, wieder 20 Minuten aufzunehmen. Das heißt, dann machen wir hier Schluss. Viel ist ja nicht wirklich passiert, außer, dass wir eine Aufgabe haben und keine Ahnung haben, wie wir die... Äh... Aber wie wir da weiterkommen, weiß ich im Moment eh noch nicht. Weiß ich im Moment noch nicht. Ob wir da noch irgendwie was brauchen oder ob ich da irgendwie einen Fehler gemacht habe oder... Wie auch immer. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017